Wird Tee eigentlich schlecht? Generell das zu sagen, man kann das nicht so genau beantworten. Räubusch und Kräutertees sind eher etwas empfindlicher, können auch vielleicht mal falsch gelagert Motten ziehen. Das kennen wir ja alle auf dem Reis und ähnlichen Hülsenfrüchten und solchen Geschichten. Schwarze und grüne Tees, ob aromatisiert oder nicht aromatisiert, sind nicht so empfindlich. Allerdings sollte man lieber kleine Mengen kaufen. Der Tee schmeckt deutlich besser, wenn er frisch ist und dann spielt auch das MHD nicht die große Rolle. Wer Angst hat bei solchen Sachen, nimmt sich Dosen oder Gläser, die fest verschlossen sind. Dann kommen auch bei Kräutertees keine Motten rein und der Tee hält sich auch bis zum MHD.